Wart mal ganz kurz hier 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 Wir sind noch ein paar Mal. Wofür soll da eine kosten? 1,50 Euro. Ja, überlegen wir uns das noch hier. Also Boden. Wer gehört dazu? Ist das dein Stand? Ist das dein Stand? Wofür soll kosten? Beide 1,50? Beide zusammen 1,50? Nein, nein, 3,00 Euro. 3,00 Euro beide? Ja, ja. Warst du 2,50? Nein, 3,00 Euro. Ja, komm. Schleier, unten. Ja, ich bleibe. Wir wollen. Ich bin mir verscher, ich bin mir. Ich bin mir ein Bescher. Um Moment, ich bin ich hier. Ich bin mir Estamos gefüberridd. Ich bin mir vor, ich bin mir, ich bin mir hier. Ich bin mir hier. Ich bin mir hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 53 53 50 kommt Bämse liegen zur richtigen Zeit Entschuldigung, kann man noch vor Weihnachten? Ja, bitte schön T airplanes Das habe ich schon. Das hast du schon, aber nicht auf PC, oder? Spürst du das? Nein. Dann habe ich vier dann 10er gemacht. Habe ich gestern auch zugekommen. Wir haben gedacht, vielleicht sind zwei, aber das ist anders. Dunkel habe ich nicht gesehen. Warte. Warte mal. Was ist das? Ja, das ist das. Was ist das? Nein. Das ist das. 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 Ich dachte das ist ne She-Rock. Aber der ist nicht wirklich hübsch. Was sollen die Figuren kosten? Was sollen die Figuren kosten? Da steckt es ein. Was sollen die Figuren kosten? Was soll die Figuren kosten? 1 Euro. 1,50 Euro. 1 Euro habe ich schon gesagt. Dann nehmen wir das mit 1 Euro. Ja. Komm, dann gehen wir. Habe ich da noch was gesehen? Das Spiel des Wissens. Dracula. Wie viel kostet das Dracula? Welches? Dracula. 10 Euro. Da können wir reinschauen. Da hinten ist die Anleitung. Ja, das ist mit so Zehnen. Naja. Überlegen wir noch. Das ist jetzt nicht so das was ich drauf habe. So. 1 Euro. Schnau doch noch. Okay. So. Dann monitoring es sehr bemerальное. bestimmt von dir ja dann nix mit ihm ganz bisschen verkaufen ein spazierter lagen ist was gab es da Zum Beispiel, ich kaufe er das mal vor. Was ist da? Was denn? Wo führst du mich hin? Was ist das denn? Da sind so viele Korn drin. Was soll das kosten? Halt doch mal. 50 Cent? Wunderbar, danke. Ich schmeiß den rein. Und du hast es einfach nicht genommen. Das habe ich schon irgendwo mal gesehen. Da fällt ich mir ein. Ja, der Fadi, der übersieht immer die guten Dinge. Ja. Die guten Schätze. Ich habe ja auch diese eine Maus da gesehen. Da ist nichts drin. Oh, das muss man ja. Da gibt mir ja Jokalwatch wieder. Kannst du jetzt mal fragen, wie viel das kostet? Wie soll das kosten? 8 Euro. auch mal nicht Ja. Jungs. Gäste! Gelegen! Lästätt kruise! Tänne! Gelegen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 50 Cent 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 Ich kann es nicht sagen. Also fünf würde ich dir geben. Fünf würde ich dir geben. Was ist das? Was kostet? Diese kleine Fahrrad was kostet? Wie viel? 30% Jake Anton Annette Zahn�� Vẫn Das war's. Das ist nichts. Komm. Ich habe die Brille ab und zurückgegeben. Das war's. Wie viel soll der kosten? 1,50 nehm ich noch mit. 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 Ich habe ihn aber nicht. man muss mich mal schauen wie viele das sind alle pro stück wie viel zwei pro stück 12 16 15 machen wir dann ja ja Okay. So. Das ist das, was du? Nein, ich habe noch einen Hubsaugen. Vielen Dank. Vielen Dank. 15 Euro. Der ist nagelneu. Nur mal die Packung aufgerissen, aber wir haben den nie benutzt. Das wird nichts. Soll das kosten? Soll ich es mal aufmachen? Kennen Sie das? Kenn ich aus meiner Kindheit, ja. Achso, okay. Dann brauchst du ja gar nicht groß erklären. Es ist vollständig alles dabei. 4 Euro? Ja, können wir machen. Die Unterlagen ist auch in Ordnung. Ich habe da jetzt einmal, ich denke mal, sie haben es durchgeschaut. Ja, habe ich. Schau mal. Der Räuber hat es einen Platz. Ja, ich habe da einmal die erste CD, aber ich habe nie den ganzen Film angehört. Willst du nicht lieber ein Ding, Bibi Blocksberg? Schau mal, das ist der Weihnachten. Aber das ist Teil 5, da kommen wir nie zurecht. Teil 5? Ja. Nimm mal die Bibi Blocksberg, die erlaube ich dir. Das ist eine kleine Gespenst. Nee, nee. Fünftrum wäre es. Ich denke, es wäre abfünftet. Nö. Ich kenne mich. Nee, die ist nicht echt, Schau. Ist nur aufgenommen. Oder noch. So, ja. Ich schau Tarts an. Ja, das war nicht. Sö mal. Oh, das war die Verpackung vom Putsch. Naja. Zusammen? In dem Fall? Ja. Nee, das reicht dann. Und zurück hier. Danke. Danke. Dann können wir auch das mal spielen. Ich dachte schon, du hast es gefunden. Was kostet denn der Hund? 5 Millionen. Das habe ich gerade nicht passend dabei. Aber Dollar werden es weniger. So, willkommen zur zweiten Schatzausbeute unseres Flohmarktbesuches. Definitiv auch jetzt der letzte. Beim letzten Mal habe ich schon gesagt, dass ich das nicht so oft mache. Aber wir waren gleich, weil es so Spaß gemacht hat im Kleinen, auf dem nächsten Flohmarkt. Und dann werden wir uns mal hier die Beute ansehen, die wir da gemacht haben. Also es war ein sehr, sehr, sehr beutereicher Flohmarkt. Und was es mich betrifft, ich weiß nicht, wie es bei dir steht. Hat es dir gefallen? Ja. Ja. Und ja, jetzt ist ja natürlich so, die Corona-Pandemie bricht wieder aus. Völlig logisch. Also wenn man so wie die Regierung damit umgeht, dann ist das für mich kein Wunder. Und ich denke mal, jetzt werden die Flohmärkte dann auch wieder dicht gemacht. Ich denke, es ist sehr förmlich. Und es kommt ja auch der Winter. Von daher, nächstes Jahr machen wir mal vielleicht wieder so ein, zwei Videos. Aber das ist halt wirklich kein Haupt-Klementär auf meinem Kanal. Und ich muss mich auch entschuldigen. Beim letzten Mal war die Kamera etwas scheppst. Das habe ich dann noch ein bisschen abkorrigieren können. Diesmal habe ich es richtig gehalten, glaube ich. Glaube ich. Das werdet ihr ja gleich, werdet ihr ja gesehen haben. Und ich bin auch dabei. Du bist auch dabei. Genau, der Schnassel. So, wir haben tolle Beute gemacht. Zunächst einmal habe ich für mich was gefunden, weil da will ich mir tatsächlich alles suchen. Ich bin ein weniger großer Film von Marvel-Filmen. Die mag ich teils, teils. Die sind für mich Einwegpapier. Also wenn ich in einen Marvel-Film schaue wie die Avengers, die gucke ich mir einmal an. Machen auch unglaublich Spaß. Es ist nicht so, dass ich die scheiße finde oder sowas. Aber ich gucke die einmal und kann sie nicht nochmal gucken. Ganz komisch. Anders ist es bei den X-Men. Und da habe ich hier in Originalverpackung, also noch verschweißt, für einen Euro X-Men erste Entscheidung bekommen. Ein sehr gelungener Film, meines Erachtens nach. Da sind die X-Men ja dann etwas jünger. Das ist die First Generation. Und da ist dann auch Magneto jung. Und der Professor X ist noch jung. Und ich finde, ich war erst sehr erstaunt, als der Film kam. Und war erst mal etwas skeptisch. Aber als ich ihn dann gesehen habe, Hammer. Wirklich mega Hammer. Also toller Film. Dann habe ich auch noch gefunden, meinen Lieblings X-Men Film. X-Men Apocalypse. Ein Weilenstein. Also da hat man wirklich bewiesen, dass man es kann. Einfach nur, weil Apocalypse unglaublich fähig war und auch sehr gut rüberkam. Im Endeffekt ist Apocalypse so ein bisschen der Thanos von den X-Men und der Ober-Mutant, alle Mutanten. Und den habe ich auch bekommen in einem recht guten Zustand. Was auch hier ganz besonders ist, dass auch hier die First Class arbeitet. Dann gibt es ja noch die Zukunft der Vergangenheit, wo dann beides zusammengemischt wird. Die finde ich auch mega Hammer. Also die X-Men Filme, die will ich mir jetzt alle einzeln holen. Ich will nicht diese Packs, wo mehrere Filme in einem sind. Sondern ich will jede DVD einzeln haben und an mir so ins Regal stellen. Weil ich finde die X-Men Filme sind meines Erachtens nach die gelungensten Marvel Filme neben Spider-Man. Und die ganzen Avengers und Hulk und Captain America. Die sind auch okay. Aber ich finde, X-Men hat schon eine sehr, sehr bedeutend gleichwertig gute Qualität. Dann habe ich noch hier eine Kleinigkeit gefunden, das jetzt nicht so besonders war. Das war Playstation 2. Ein Smackdown vs. Row WWF Spiel. Oder WWWE, wie man heutzutage sagt. Das habe ich zweimal gekauft. Ja, warum habe ich es zweimal gekauft? Einfach, weil ich für beide zusammen 3 Euro gezahlt habe. Und die WWF Spiele sind immer beliebt. Und ich mache oft Konvolute. Da haue ich die mit rein. Weil die passen halt dann gut in den Konvolut. WWF dabei zu haben, ist immer nicht schlecht. Und ja, fand ich jetzt einfach mitnehmenswert. Für 3 Euro nehme ich das mit. So, was haben wir hier noch? Und jetzt kommen wir schon zu den interessanteren Dingen. Ah, dazu komme ich dann noch. Ja, an einem Stand haben wir dann die Schlümpfe gefunden. Schabernack im Schlumpfenschloss. Und es kommt erst noch ein Video mit der Zeitreise zu den Schlümpfen. Und ich habe meinem Sohn ja einige Schlümpfe weggenommen. Nee, die mussten verkauft werden. Wir haben zu viel Spielzeug da. Ja, dann zeige ich jetzt ein Flohmarktvideo, wo wir ein neues kaufen. Das ist ja nur eine CD. Und es ist, glaube ich, nur Musik. Ja, ja. Und es gab ja damals die Schlümpfen-Disco-Sounds, glaube ich, oder so in den 90ern. Und da doch einiges wegging von den Schlümpfen, habe ich ihm ja letztens schon diesen ... Ja, ich fange wieder an mit den Schlümpfen. Ich glaube es nicht. Kaum habe ich den anderen Konvolut verkauft, dann kaufe ich dir schon wieder neues Zeug von den Schlümpfen. Ja, es ist halt so, wenn was geht, muss was kommen. So ist die Regel. Ja, dann haben wir halt hier mal geguckt, was die neuen Schlümpfe-Songs so machen, die wohl nicht mehr in den 90ern sind. Ich glaube, das ist dann schon 2004. Ja genau, 2004. Und da kann er sich mal dann durchhören. Das macht ihm bestimmt Spaß für einen Euro mitgenommen. Von daher ... Oder 50 Cent haben wir, glaube ich, sogar nur gezahlt. Das haben wir halt mal mitgenommen. So, dann haben wir hier in einer Kiste wirklich einen kleinen Goldschatz gefunden. Das war mein erster Griff, wo ich rausgezogen habe. Das war eine ... Ich weiß gar nicht, von welcher Firma die ist. Ist die von einer großen Firma? Von ... Handplate ... Bully, ja von Bully. Von Bully gibt es ja immer auch irgendwie so Mini-Plastik-Figuren aus gummierten Gummi. Und da haben wir hier eine Biker-Mais-From-Mars. Also ... Das ist wirklich selten. Ich wusste gar nicht, dass es von Bully Biker-Mais-From-Mars gibt. Wir haben auch von Bully natürlich diverse Turtles etc. Und die hat er dann so rausgezogen. Er kennt zwar die Biker-Mais jetzt nicht so gut. Er hat die Zeichentricks-Serie noch nie gesehen, oder? Weiß ich nicht. Aber du hast einen Comic und du hast zwei Mäuse. Uns fehlt noch die ... Auch ein Comic? Ja, du hast einen Comic von Marvel. Weißt du es nicht? Muss man mal nachher anschauen. Auf jeden Fall, die Biker-Mais sind so eine Kleinigkeit aus den 90ern. Die haben so ein bisschen versucht, an den Turtles anzusetzen. War aber hingegen von Marvel. Und wurden dann nach nur einer Staffel, glaube ich, dann abgesetzt. Es war einfach nicht so erfolgreich. Es hat nicht den Erfolg gesetzt, wie es setzen sollte. Und ja, da ist halt einfach wirklich eine saukoole, also wirklich saukoole Bulli-Figur von Biker-Mais from Us. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der hieß. Das ist schon ein bisschen zu lange her. Interessant ist bei diesen Mäusen, sie haben halt so Antennen hier oben. Die konnte man bei den Figuren rein- und rausstecken. Und die sind halt mit Bikes unterwegs. Also wirklich eine sehr coole Figur. Und da haben wir einen Euro für gezahlt. Zusammen mit dem da gab es noch den da hier. Das dürfte nie bekannt sein. Eine Dino-Riders-Figur. Und sowas sieht man selten. Die haben wir natürlich sofort mitgenommen. Haben wir nicht noch eine dritte Figur gekauft? Ah ja, genau. Und den T-Rex. T-Rex. Das ist auch sowas, was an die Turtles angesetzt hat. Vor allem wegen den Farbbändern her. Auch unterschiedliche Tyrannosaurus-Rex-Mutanten in Kampfanzug mit Farbbändern. Den haben wir eigentlich schon. Aber da kommt in die Tauschkiste. Weil wir haben alle drei zusammen... Alle drei zusammen. Alle drei zusammen haben wir für 2,50 Euro gekauft. Und das ist wirklich geschenkt. Die behält ich ja nicht. Die behältst du auf jeden Fall. Die zwei kommen in die Tauschkiste. Die haben wir schon. Aber wenn man die so günstig mitnimmt, dann ist natürlich klar, dass man die dann auch einsackt. Ja. Den da hier haben wir schon. Ist aber auch eine relativ seltene Figur. Gehört zum Dreihorn-Triceratops-Dinosaurier. Und ja. Ist im Wert so ein 10er bis 15 Euro wert. Je nachdem. Der Zustand ist top. Von daher kann man gut in ein Tauschkonvolut mit reinmachen. Von daher. Wer hätte das nicht mitgenommen für 2,50 Euro. Ja. Was haben wir noch? Tolle Schätze. Dann hat man hier noch... Ich weiß gar nicht wer das ist. Das ist nicht Daniel Düsendriem. Sag mir wer das ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube ich weiß es. Aber ich weiß nicht den Namen. Ich weiß nicht wie er heißt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bloß diese Disney-Figuren. Die sammle ich eigentlich an jedem Flohmarkt. Weil einfach genau diese Art und Weise. Diese Form hier. Ähm. Die ist einfach vom Preisverhältnis her so eine Figur mindestens 10 Euro wert. 5 bis 10 Euro. Und den habe ich noch nie gesehen. Also der ist mir total unbekannt als Figur. Ich hatte die Mickey Mouse. Ich hatte den Wolf. Aber den da hier habe ich noch nie gesehen. Was für ein Wolf? Den bösen Wolf. Natürlich. Hä? Die habe ich nicht mehr. Die habe ich irgendwann dann verscherbelt. Aber den habe ich mitgenommen. Weil der mir völlig unbekannt war. I want you. Keine Ahnung. Ich würde ihn... Ich habe erst gedacht das ist Daniel Düsendrieb. Aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht weiß das jemand wer das ist. Ich glaube ich weiß wie er heißt. Ich weiß schon wer das ist. Aber ich weiß nicht wie er heißt. Naja auf jeden Fall haben wir den mal mitgenommen. Dann haben wir noch... Wow. Willst du mal einen zeigen? Ich sehe ihn da. Ja. Was ist das? Ein Pokémon. Wie heißt es? Keine Ahnung. Wieso weißt du nicht wie dein Pokémon heißt? Ja. Pokémon Figuren. Ähm. Mal ganz kurz um es auf den Punkt zu bringen. Mein Sohn ist natürlich von der neuen Generation und so auch geprägt. Und Pokémon gehören natürlich in ihr Spielzimmer. Und da haben wir hier für 50 Cent eine Pokémon Figur für seine... Das ist auf jeden Fall vom Spiel strahlender Diamant. Vielleicht ist das der strahlende Diamant. Auf jeden Fall für 50 Cent nehmen wir jede Pokémon Figur mit. Er hat schon eine ganze Unibox voll mit Figuren. Da habe ich es jetzt auch gerade reingeschmissen. Dort wird sie im Pokémon Sumpf verkommen. Das ist der Pokémon Sumpf. Äh. Wo auch natürlich Yu-Gi-Oh! Und äh. Wie heißen die anderen? Yo-Kai Watch. Yo-Kai Watch. Kannst du das nur vergessen. Und Yo-Kai Watch. Und alles ist alles in einer Unibox. Und die Unibox die nenne ich den Yo-Kai Watch Pokémon und Yu-Gi-Oh! Sumpf. Ja. So in der Art. Da wurde einfach reingeschmissen. Die nehmen immer mit. So. Dann haben wir hier. Was ist das? Eine Lego Ninjago. Bloß halt als Bot League. Die Lego haben sich sehr, sehr, sehr verändert. Das ist doch kein Bot League. Da steht doch Lego drauf. Ja, von McDonalds dann halt. Ach, diese Quatschkacke von McDonalds. Oh, jetzt habe ich das K-Wort gesagt. Kacke. Nein, das sagt man nicht. Kacke, 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 kacke. Pssst, 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 pssst. Es ist ein seriöser Kanal. Ich habe es ihm ja vorgemacht. Also, das ist einfach so eine Lego Figur von Ninjago. Ich würde eher sagen, dass es das Nexonites ist. So ein Ritter. Das ist halt eine Fake Figur. Deswegen hat das halt auch einen Bär drauf. Da kann man auch eine Lego Figur draufstellen. Also, es ist schon eine seltsame Figur. Finde ich seltsam. Er wollte sie unbedingt haben. Ich habe erst Nein gesagt. Aber dann habe ich kleine, bettelnde Kinderaugen angesehen. Und dann konnte ich nicht Nein sagen. Dann habe ich den halt mitgenommen. Jetzt im Nachhinein sage ich, okay, ist in Ordnung. So, dann haben wir noch was ganz Besonderes. Darf ich es vorstellen? Was denn? Das ist da. Das ist da? Ja, dann stell ihn vor. Warte mal, ich gehe mal mit der Kamera ein bisschen näher ran. Wie soll ich sagen? Ich weiß nicht den Namen. Wir nennen ihn einfach... Das Interessante ist... Spider-Bet. Spider-Bet. Das Interessante ist, wir sammeln ja Botlicks. Botlicks, Botlicks. Und wir haben den hier gesehen. Den haben wir auf dem Flohmarkt. Der war ein bisschen komisch, der Flohmarkt. Der war teilweise ganz normal. Und dann ging es plötzlich in so eine Tiefgarage rein, die völlig zerstört war. Weil ich hatte ein bisschen Angst, dass die einstürzen würden. Und da war es stockfinster. Da war kein Licht. Und da haben wir zwischen den dunklen Posten dann diese Botlick-Figur gefunden. Und wir sammeln ja solche. Falls ihr im Kanal... Wir können ja mal ein Video am Ende des Videos verlinken. Von dem Botlick-Playlist. Wir sammeln Botlicks. Das sind sozusagen Spielzeugfälschungen. Und ja, was dem einen wahrscheinlich unlizenziert illegal wirkt, ist für uns großes Sammlermeisterwerk. Und hier haben wir einen Batman, der einen ziemlich... Ich versuche mal, das ein bisschen mit Fokus zu untermalen. Einen ziemlich... Komm, erkenne das als Gesicht. Das ist ein Gesicht. Ich schwöre dir, Mann. Kommen wir vielleicht ein Stück zurück. Jetzt warte. Ich fühl's gar nicht so schlimm. Also das ist ein Batman. Der hat einen Brustkorb von Spider-Man. Und als Gürtel wieder Batman. Und als Gürtel wieder Batman. Und das Interessante ist auch... Dieser Batman, der ist eindeutig übertrainiert. Ich weiß nicht... Also das kommt noch in einer Spezial-Boot-League-Folge. Der hat keinen Muskel. Der hat keinen Brustmuskel. Der hat auch keinen Dusen. Der hat einfach nur... Ich weiß nicht. Das ist unfassbar. Aber dazu kommen wir noch in einem extra gesonderten Boot-League-Video. Weil da kommen jetzt dann wieder einige. Hab's ja schon versprochen. Die sind auch schon in der Mache. Da werden wir auch mal ein paar Boot-League-Folge vorstellen. Und da werden wir nochmal genauer auf die Figur eingehen. So. Was haben wir noch? Das da? Oder jetzt da was anderes? Ja, dann mach ich mal das da. Weil das ist ja auch eins der interessantesten Fundstücke. Nein. Es gab eine Playstation dort zu kaufen. Die hab ich nicht mitgenommen. Die Spiele auch nicht. Die haben mich eigentlich... Für 5 Euro hätte ich sie eigentlich alle mitnehmen sollen, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke. Aber dann haben sie mich doch wirklich nicht gepackt. Aber was mich immer packt, sind Demos. Und vor allem das hier ist eine Playstation-Magazin-Demo. So mit Cover und schön in die Höhle gesetzt. Und entsprechend sind da wirklich tolle Titel drauf. Also... Einerseits muss ich dazu sagen, dass ich eine Soul Reaver-Sammlung habe. Ich hab das... Die Spiele und eine Statue. Und da passt das ganz gut in die Sammlung. Und wir haben hier echt Top-Titel drauf. Metal Gear Solid Special Missions. Also das ist wirklich eine tolle Demo. Dann haben wir hier Soul Reaver drauf. Natürlich neu. Whip Out. Also Whip Three Out. Dann haben wir R.C. Stuntcopter dabei. No Fear Downhill. Mountainbiking. Also das ist so das typische Sportzeug, wo drauf ist. Point Blank 2. Und Gemma Lemmy. Keine Ahnung was das ist. Tony Hawk Skateboarding. Lego Races. Und natürlich als Video Final Fantasy 8. Also Mission Impossible. Mission Impossible. Und Formel 1. Und Formel 1. Also die Demos sammle ich definitiv immer. Oh, 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 oh. Was ist passiert? Was ist passiert? Oh, es ist passiert. Es ist unter Gewalt. Und was haben wir hier? Demo 1099. Ist das die? Nicht, dass du gescannt würdest. Äh, 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 äh. Das ist auf jeden Fall die neuen, äh, die 99 Grad. Euro CD. Euro CD. Euro Demo. Oh, schade. Das sind Euro Demo 1099. Warte mal. Aber da ist noch was drin, habe ich gerade festgestellt. Da ist noch eine zweite Demo drinnen. Eine Play Zone Volume 10 mit Silent Hill. Oh. Ah, man sieht mich. Man darf mich nicht sehen. So. Also da sind zwei Demos drinnen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Euro Demo 10 ist. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt für meine Freude. Warte mal drauf. Unten sieht man die Spieltitel. Hm, hm. Oh, nee. Doch. Legacy auf. Doch, Soul Reaver. Ah ja, da steht's. Okay. Da ist schon die. Sehr gut. Okay. Also da haben wir auf jeden Fall ein gutes Schnäppchen gemacht. Ähm. Ich habe zwei Euro für die Demo gezahlt. Auf jeden Fall nennenswert. Demos sind teuer mittlerweile. Also man zahlt für eine Demolose locker seinen Fünfer bis teilweise sogar 40, 50 Euro, wenn das eine speziellere war, wo was Tolles drauf ist. Da ist ja auch was Tolles drauf. Vor allem. Oh, man sieht mich gespiegelt. Ich muss, ich muss, ich muss mich verstecken. Ähm. Vor allem die Demos. Also wer noch Demos hat von der Playstation 1, wo net die Roos Spiele drauf sind. Die sind wirklich Hammer. Also das ist wirklich was Außergewöhnliches. Ähm. Ähm. Dann kommen wir zum nächsten. Ähm. Zortan. The Legend of Zortan. Ähm. Ich habe erst gedacht, das ist ein Bootlig. Ähm. Das hat. Das ist von Simba. Simba. Das muss so aus der, aus der Zeit stammen. Ich weiß gar nicht. Steht irgendwo ein Datum drauf. Also es war mal ein besonderes Angebot. Wir haben dafür 50 Cent gezahlt. Das kostet 1,99. Hat mal 1,99 kostet, dann hat es wahrscheinlich 10 Cent gewusst. Ich nehme mal an, dass es das irgendwann mal bei äh Kick gab. Weil das ist so ein typisches Kick-Ding. Und ich meine für 50 Cent haben wir das mal mitgenommen. Das ist irgendeine Figur. Das Witzige ist, da auf der Figur ist so ein Felsenformat. Das haben wir auch schon da, aber wir hatten noch keine Figuren davon. Wir werden jetzt einfach mal reinschauen, was er sich da geschnappt hat. Kriegst du das auch? Brauchst eine Schere? Ich habe natürlich wieder mal keine Schere dabei. Einfach aufreißen. Eigentlich hätte ich mal gedacht, dass wir das in einem extra Video machen. In einem Bootleg-Video. Aber dann ist mir in letzter Zeit das aufgefallen. Es ist ja von Simba. Es ist ja gar kein richtiger Bootleg. Und dementsprechend packen wir das mal einfach schnell aus. Ausgepackt. Ausgepackt. Schauen wir uns nochmal die Verpackung an. Ah ja, okay. Das kann man so aufmachen. Und dann sieht man da drinnen, welche Figuren es alle gibt. Müssen wir mal ganz kurz schauen, dass wir das schmerzfrei abkriegen. So. Also es gibt einige von diesen Figuren. Habe ich noch nie gesehen. Und dann schauen wir mal, was du da gefunden hast für eine Figur. Also da ist diese Felsinformation. Da kann man die Figur schön hinstellen. Finde ich richtig cool. Ich habe die Dinger schon mal. Oh. Oh, da steckt eine Karte innen drinnen. Cool. Wavebeast. Wellenmonster. Hier habe ich ein bisschen eine Magic-Karte. Ziemlich cool. Hier auch mal. Okay, da ist eine geheime Karte drin versteckt. Ähm, diese, 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 diese Ständer hier. Ähm, die habe ich früher schon mal irgendwo erworben. Ich glaube auch auf einem Flohmarkt ohne irgendwas. Und die benutze ich eigentlich generell und grundsätzlich. Ähm, also habe sie bisher benutzt, um hier Würfel drauf zu legen. Wenn ich Magic spiele, dann lege ich die Würfel drauf und da sind halt halt Lebenspunkte witzigerweise. Ups. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Warte mal. Warte, wir schauen einfach mal an der Verpackung noch. Das scheint ein Ork zu sein. Dann packe ich ihn mal aus. Okay, das ist hochgiftig. Natürlich. Wir spielen nur mit giftigem Spielzeug. Alles ist giftig. Plastik ist immer giftig. Lass mal dran riechen. Puh, puh. Puh. Puh, sehr giftig. Ähm, ja das ist ein Ork. Ein Punker Ork. Der hat hier so Stacheln auf dem Kopf. Fogos. Fogos. Kenn das als Mensch. Ja, der sieht ziemlich cool aus. Hat aber ein bisschen einen seltsamen Gang. Naja. Kommt in die, äh, in die, in die Mini-Figuren-Spielkiste. Ich schmeiß mal gleich rein. Ey, nein. Ja, dann haben wir hier ein bisschen Verpackungsmaterial. Ja, dann geht es noch weiter. Ist das der beste Funde für mich gewesen? Ähm, an einem Stand, bevor wir, äh, zu diesen vielen Packungen da hinten kommen. Also wir haben ja hier eine Menge Packungen mitgenommen. Habe ich hier natürlich noch was, das hat mich sehr begeistert. Ähm, generell habe ich in den 90ern ein Spiel besessen. Ähm, einmal Dorf des Krauts und einmal Inkognito. Und Inkognito, Agententreff in Venedig. Das Spiel habe ich damals mit einem Freund getauscht gegen das Dorf des Grauens. Ähm, für mich bis heute unverständlich, warum er es gemacht hat. Ähm, aber als ich dann dieses Spiel am Flummer gesehen habe, ich habe dieses Spiel mindestens 30 Jahre lang vollkommen vergessen. Also ich habe es wirklich komplett vergessen. Das ist einfach aus meinem Hirn komplett rausgewindet. Obwohl ich mich sehr viel mit Retro-Zeug aus meiner Zeit beschäftige, habe ich dieses Spiel völlig vergessen. Und als ich es dann im Flummer gesehen habe, ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ja krass, das hast du mal mit deinem Freund getauscht. Das hast du hergegeben und hast dafür Dorf des Grauens bekommen. Und da Dorf des Grauens mich so bewegt hat und ich Kognito nicht so mochte, hat mich das wahrscheinlich auch völlig im Stich gelassen vom Kopf her. Kognito ist ein Spiel in der Fantasy, also in der Fantasy-Strategie-Spiele-Welt, wir drehen es mal kurz um, das so in dem Sinne ein bisschen in die Fantasy-Richtung geht, aber mehr in die Strategie-Richtung. So auch mit Figuren, die jetzt nicht so detailreich sind wie Dorf des Grauens, aber einfach unglaublich spaßig aussieht vom ersten Blick her. Vor allem diese venezuelischen Masken haben natürlich eine sehr, 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 sehr faszinierende, ja, eine faszinierende Atmosphäre, eine fantasievolle Charakterisierung. Ich war auch mal in Venedig und habe auch diese Leute schon mal live gesehen, wie die so kostümiert sind, habe auch selber mal schon so eine Maske besessen und sowas und es hat mich immer fasziniert. Jetzt weiß ich wieder warum, weil das erste Mal habe ich das über das Spiel hier kennengelernt, diese venezuelischen Masken und ich mache es jetzt auch mal ganz kurz auf, dass wir mal kurz reinschauen. Das ist komplett und dann muss ich sagen, Schnäppchen, Schnäppchen, Schnäppchen. Ich habe da vier Euro vor gezahlt und das ist komplett. Es ist wirklich komplett. Lass uns mal noch bitte liegen. So, dann öffne ich mal ganz kurz die Karte dazu, die auch sehr schön designt ist. Also das ist halt so ein Stadtplan von Venedig, würde ich jetzt mal behaupten. Ganz sicher kann ich es nicht sagen, aber ich gehe davon aus, hinten steht da noch so das Logo schön drauf. Und dann hat man dann hier halt so diese Figuren, die wurden halt auch wirklich cool, die sehen einfach nur mega cool aus. Ich kann mal sagen, wie der heißt. Wie denn? Der dicke Mann. Der dicke Mann, der dünne Mann. Der lange Mann. Der lange Mann. Das ist der dicke Mann. Das ist der dünne Mann. Wo ist denn der lange Mann? Da, hier. Da, das ist der lange Mann. Und was ist das? Der kleine Mann. Ja. So heißen die wirklich. Ja, der dicke Mann, der dünne Mann, der lange Mann. Also die haben auch ganz witzige Namen. Und da gibt es noch den hier. Ich weiß gar nicht, wer das hier ist. Das ist der Botschafter. Oh, der Botschafter. Also du hast dich schon reingelesen, merke ich. Und dann hat man hier noch so ein Spielwürfelsystem. Das weiß ich nicht, was das ist. Das ist wie bei Dorf des Krauses. So ist das schüttelt man. Und je nachdem, was für Farben erscheinen, passieren Dinge. Dann hat man hier noch im Endeffekt, wenn man schon so ein Inkognito ist, so ein Botschafter, dann hat man hier einen Pass. Ja, und da steht dann halt auch alles so drüber drinnen, was zu wissen ist. Wie gesagt, ich habe die Spielanleitung jetzt nicht gelesen. Das werden wir uns demnächst anschauen. Man hat hier auch so Briefe. Die haben auch noch eine Bedeutung. Die muss man irgendwie weiterbegeben oder so. Also das ist ja das Geheimnis des Spiels. Und dann hat man hier noch so wirklich, wirklich wunderschöne kleine Karten, die dann halt auch verschiedenste Funktionen in dem Spiel haben. Und also für 4 Euro habe ich natürlich absolut zuschlagen müssen. Das Spiel gibt es bei Ebay etc. ab 25 Euro. Für 4 Euro für komplett und wirklich in einem 1A-Zustand habe ich es mitgekommen. Hier sind dann auch noch mal so Dinge, so ein Blog zum Aufschreiben. Für was der gut ist, weiß ich nicht. Aber es ist auch okay. Also wie gesagt, hier hat man noch mal so eine schöne Spieleanleitung, wie man sich das aus den 90ern gewöhnt ist. Wo alles noch mal schön beschrieben ist. Nicht nur so auf dem fahlen Karton gedruckt, sondern einfach so ein bisschen Hintergrund auch. Und ja, wirklich wunderschön gemacht. Und für 4 Euro habe ich mich echt gefreut. Also wie gesagt, ich habe das auch vergessen. Ich wusste gar nicht mehr, dass es das gab. Hier ist sogar ein Werbeheftchen von MB aus der Zeit. In Cognito, Spiel des Wissens, Spiel der Spiele, Hotel. Was ist das denn? Die Peking-Akte. Hört sich auch interessant an. Müssten wir mal gucken, ob man das kriegt. Dann haben wir hier Zitat Sachsen, Sloter und Scrubble. Und dann auf der Rückseite geht es weiter. Oder es ist nochmal alles das Gleiche, glaube ich. Ja, interessante Sache auf jeden Fall. Also einmal komplett mit komplett. Das freut mich. Und ja, das war wirklich ein großer Erfolg. Also das hat mich wirklich mega gefreut für 4 Euro. Also da waren wir noch auf so einem kleinen Flurmarkt, auf dem wir schon mal waren. Und wo wir die DVD für den Pentendo entdeckt haben. Pentendo. Pentendo. Die Frau hat dann für 4 Euro das Spiel mir verkauft. Und das hat mich so, vom Preis her kann ich das natürlich nicht widersprechen. Kann ich sagen, ich würde Ihnen dafür mehr zahlen. Deswegen habe ich dann noch zwei Hörspielkassetten mitgenommen. Bibi Blocksberg verhexte Weihnachten und Ariel, die Meerjungfrau, Kindermusical. Meine Frau steht total auf Ariel, deswegen haben wir das mitgenommen. Einfach als kleine Fun-Mitnahme. Und dann noch hier, Bibi Blocksberg ist immer gut. Also das hört mein Kleiner gern. Das habe ich auch als Kind gern gehört. Und dann haben wir halt nochmal zugegriffen. Leider keine Antenna diesmal. Aber gut. Und auch keine Teak. Und dann habe ich noch einen großen Fund gemacht. Das waren die sogenannten Dofus-Crossmaster-Figuren. Und da muss ich ganz kurz ausfahren, was das überhaupt ist. Dofus ist ein Anime-Strategie-Game im Stile von Final Fantasy Tactics. Also das Videospiel. Da ist Dofus das erste Mal mir untergekommen. Das kann sein, dass das Videospiel nicht so neu ist wie vielleicht die Figuren oder andersrum. Ich weiß nicht, was zuerst da war. Und es gibt auch eine Serie. Und es gibt auch eine Anime-Serie, genau. Und da haben wir schon so eine große Crossmaster-Arena. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das mal komplett vorstellen. Und dann haben wir diese Figuren hier kosten 4,99 Euro neu. Manchmal 3,99 Euro. Sind relativ teuer. Da ist immer eine Figur drin, die auch wirklich cool aussehen, muss man sagen. Und dann haben wir den Stand gefunden. Der hat die für 2 Euro uns komplett gegeben. Er wollte erst 3 pro Figuren. Ich habe gesagt, ich würde alle nehmen. Und es sind 8 Stück. Dann haben wir auch alle 8 Stück genommen. Und wir teilen uns das hier jetzt mal einfach grenzwertig auf. Wir machen die auch gleich auf, damit wir auch noch was von haben. Ich fange an. Natürlich fängst du an. Aber ich muss ein bisschen weiter weggehen mit der Kamera. So, dann sieht man hier auch mal die Figuren. Also Dofus-Crossmaster-Figuren sind wirklich toll. Oh, der ist cool. Die sehen halt auch ein bisschen so aus wie Fantasy-Figuren aus Final Fantasy. Ich denke, dass da auch viel Inspiration dahinter steckt. Ich habe den jetzt einfach mal rausgenommen, damit man den gleich sehen kann. Soll ich auch die Mörder rausziehen? Nee, nee, nee. Lass die noch drin. Die brauchen wir dann beim Spielen. Und der einzigste Nachteil bei dem Spiel ist folgender. Die Figuren sehen Hammer aus. Also da kann man sagen, was man will. Da ist noch so eine Trading Card dabei, was der für Stärken hat und sowas. Und dann auch so ein illustriertes Bild. Der einzigste Nachteil bei dem Spiel ist, und das ist wirklich ein großer Nachteil. Wir haben das dreimal gespielt. Und wir haben es jedes Mal versucht zu Ende zu spielen. Man spielt stundenlang. Also wenn man den Warhammer-Pakti dagegen vergleicht, dann ist Crossmaster wirklich unfassbar langwierig. Also bestimmt vier Stunden gespielt und nicht fertig geworden. Deswegen ist das bei uns auch ein bisschen im Hintergrund gerückt und haben keine neuen Figuren gekauft. Haben aber auch schon relativ viele. Und dementsprechend war halt dieser Fang im Flohmarkt für uns was ganz Besonderes, weil wir dann doch noch ein paar Figuren dazu bekommen haben. Vielleicht spielen wir es auch mal wieder. Vielleicht stelle ich mal das Spiel vor in einem Video. Das kann ich noch nicht sagen. Ich habe noch ziemlich viel vor, damit das eher hinten ansteht. Was auch bei... Ich gehe gleich wieder nach. Wo ist der Doppelschleim? Der ist bei den Final Fantasy-Karten. Bei den Final Fantasy-Karten. Wo sind die Final Fantasy-Karten? Die sind in diesem kleinen Schrank, wo oben die Burg drauf ist. Ah ja, hier. Da haben wir ihn. Was auch ganz cool ist bei den Dofus- und Crossmaster-Figuren. Es gibt Dofus und es gibt Wakfu, muss man dazu sagen. Dofus ist die Vor-Geschichte und Wakfu ist die spätere Geschichte. Also es ist auch so ein bisschen aufgelöst. Da gab es zum Beispiel auch so Schleime. Das ist jetzt von unserer alten Serie. Die zeigen wir jetzt bloß mal kurz. Also dass das halt so richtig fantasy-lastig ist. Ein bisschen vergleichbar mit der Dragon Quest-Serie von Akira Toyama. Jetzt mache ich mal den nächsten auf. Also die sind auch Blind-Diesel-Bags. Werden auch Blind verkauft im Laden. Das ist natürlich immer sehr ärgerlich sowas, weil wenn man dann 5 Euro zahlt pro Figur und dann hat man was doppelt, dann ärgert man sich wund und ruckelig. So, dann haben wir hier ja, hier so einen kleinen Dämon mit Hammer. Er sieht auch Hammer aus. Und da ist dann noch so ein kleines Viech dabei. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ein kleiner Igelfatz. Und ich glaube, der haut mit seinem Hammer das Viech dann blatt. Also das ist ein kleines Teufelchen. Der hat hier so Hörner. Ich nehme mal an, das soll ein, 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 ein. Ja, hier hat da hinten auch so ein Teufelchen-Schwanz. Relativ süß und niedlich gehalten. Ich nehme mal an, das soll ein, ein, ein sogenannter Troll. Ne, wie heißen sie? Oger sein? In Japan werden die Oger ja sehr als Trollen dargestellt. Hier haben wir nochmal die Karte. Ah ja, der Igel gehört zu ihm. Und der Igel, hey, guckt mal. Der Igel sammelt Ringe. Kann man das vom Fokus her sehen? Ja. Der Igel sammelt Ringe. Ja, Moment mal. An was erinnert mich denn das jetzt ganz spontan? Hm, soll ich sagen? Ja, sag's doch mal. An Sonic? Ja, der Igel sammelt Ringe. Coole Idee. Tolles kleines Feind. Aber ob das wirklich so gut ist? Naja, ich weiß nicht, ob man das so, ob man das Diebstahl nennen kann, Ideendiebstahl. Weil Igel sammelt natürlich Ringe. Also das ist ja, für mich ist das normal. Igel sammeln Ringe. Was macht eigentlich der Sonic, wenn er die Ringe gesammelt hat? Das sind seine Leben. Das sind seine Leben. Oh, dann sucht er ja stetig nach Leben. Aber die haben wir schon. Die haben wir schon. Ja gut, man kann nicht immer alles neu haben. Muss die Karte. Der ist auch da. Aber um zu zeigen, ist es ja toll. Dann haben wir hier so ein Panda-Mädchen. Das soll ein Mädchen sein. Sieht man? Panda-Lida. Er spuckt Feuer. Auch sehr süß gehalten mit so typischen asiatischen Zöpfchen. Und hier ein Bambus als Waffe. So eine Beschwörung. So eine Beschwörung. Ich habe keine Ahnung. Helfen der Elfen. Genau. So, dann komme ich als nächstes wieder. Warte, ich muss das noch schließen wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich die Figuren wieder reinstecke. Ja. Du musst ja eh gleich wieder auspacken. Ja. So, dann schauen wir mal. Das ist immer ganz witzig, wenn wir am Flohmarkt waren. Oder am Trödelmarkt, wie man möchte. Ich werde ja dann noch das Nachvideo machen. Er hockt dann natürlich in den Startlöchern, dass man dann das auspackt und so. Und dann habe ich ihm eine Nachtkniederei gegeben, wo er warten musste, bis wir das auspacken. So, dann haben wir hier noch so ganz typisch Manga-like mit einer schönen Brille obendrauf. So ein Mädchen. Fokus. Fokus, Fokus, Vidibus. Ja, satt. Ah, ich muss einfach nur meine Magie einsetzen. So, dann haben wir hier auch noch die passende Karte dazu. Animex. Sieht ein bisschen aus wie so eine, wie nennt man das so? Dieser, dieser, dieser rustikale Gothic-Style. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ja, wirklich schön. Du bist der Nächste. Steampunk, Steampunk. Ah ja, jetzt hört es mal wieder ein. Mein Gehirn braucht immer manchmal ein bisschen. Soll ich das so Plastik hat oder das? Ja, nehm mal halt das, wie du willst. So, dann die Nächste. Video dauert schon wieder viel zu lang. Viel, viel zu lang. Haben wir hier auch noch ein kleines Unboxen mit reingekwetscht. So, was haben wir hier? Der Alte, den mag ich. Der Alte Mann, der Alte Mann, der Alte Mann mit Diamant. Das ist halt so ein Schatzsucher und der hat schon so ein bisschen so... Rückzutritt. Rückzutritt heißt der, keine Ahnung, was das für ein Name ist, aber das ist halt der alte, schatzgierige, ja, ich würde jetzt mal sagen, mal Landstreicher, der hat ja auch ganz witzig und ganz süß im Detail. Hier so einen kleinen Trank, so einen kleinen Heiltrank in der Seite und der ist halt ganz diamantgeiler Typ, der hat da noch hier so eine Feder im Haar und so was, im Hut. Die haben wir auch in einer anderen Version. Ja, da haben wir auch eine andere Version und der hat dann auch noch hier so ein schönes Bild und was auch cool ist, wenn bei den Figuren nichts dabei ist, wie eine Beschwerung oder so, dann sind meistens Landschaftsteile für das Spielbrett dabei, die dann immer so in viereckigen Teilen ist und dann kann man die so aufs Spielfeld verteilen, die dann auch Wirkung haben aufs Spiel. Also wie gesagt, es ist Final Fantasy Tactics bloß in echt, wenn man so will. Wie gesagt, es gibt auch eine Videogame-Version dazu, habe ich mal eine Zeit lang gespielt, so fünf Minuten. Bester? Ja, ja, das Doofus habe ich mal gespielt, aber das war mir dann zu, ja, zu überlaufen mit Kindern, sage ich jetzt ganz ernsthaft. So, und da ich ja schon etwas älter bin, wenn da recht viele Kinder unterwegs sind, die dann alle quietschen und quengeln und sowas, das ist dann nicht so meine Welt. Aber das Spiel ist an sich cool, hätte ich gerne im Single-Player-Modus gespielt, aber kam ich dann auch nicht wirklich dazu, man hat halt schon zu viel gesehen. Ja, und wenn ich sowas spielen will, dann spiele ich Final Fantasy Tactics und da haben wir hier nochmal so einen Spitzbuben, würde ich jetzt sagen. Der ist halt auch, glaube ich, in der Wakfu-Serie der Hauptcharakter, obwohl das hier ein Doofus-Päckchen ist, ist der in der Wakfu-Serie eine Hauptfigur. Die habe ich mir auch ein paar Folgen angesehen, fand ich dann aber nicht so knete, da finde ich die Figuren interessanter. Der hat halt so einen ganz typischen Lümmelhut, wie man ihn vielleicht aus Shin Megami Tensei kennt, da haben die auch immer so Mützen auf, also dieses typisch japanische, dass dieser Stil, der kommt in Japan in den Animes und Mangas eher so in den Millenniumsjahren vor, während hier die ganz neuen Mangas und Animes eher so in einem ganz ekligen 3D-Feeling ist. Hier hat man jetzt auch verschiedene Punkte, ich nehme an Feuer, Wald und Lebenspunkte und dann hat man hier wieder so ein Stück Felsen dabei, hier auch nochmal ein schönes Bild von der Figur, der heißt Kevin. Das ist ein Kevin, ein Kevin, Spitzbuben-Kevin, ja. Ich möchte aber nicht die aufmachen, die machst du auf. Wieso? Ich mach die zu auf. Du machst die andere auf, wie du möchtest. Du machst die auf, du machst die mit dem Zellophan-Plastik noch auf. Okay, okay. Oh ja, was ist das? Das ist... Das ist Quilby, der Lämmchen-Mann. Der sieht aus wie so ein Ziegenbirklein. Wir haben auch so einen, aber nicht so einen, sondern so einen Stier-Mann. Also die haben halt auch immer so eine leichte Anime-Charakterisierung und was halt auch ganz auffällig ist, was die Figur auch so besonders macht, hier hat es zum Beispiel so eine Mini-Brille drauf, um die ein bisschen schnöseliger zu machen. Also das ist halt doch cooles Zeug und ja, toll. Eine haben wir noch. Ah ja, jetzt haben wir ganze 10 Minuten des Videos nur damit verbracht. Ah ja, hier, er hat eine Karotte dabei, passt natürlich super zu einem Lämmchen. Was ist das? Da hat sich was durch die Karotte gebissen, ein kleiner, ein kleiner Gremlin. Bei der anderen Karotte war der nicht drauf. Also auch so eine ganz kleine Besonderheit. Also es ist schon Detailverliebtheit und sowas finde ich cool. Deswegen habe ich sie auch mitgenommen. Sind wirklich ganz interessant vom Stil her. So, die letzte. Das ist meine. Na komm, mach du sie auf. Danke. Die letzte Figur. Und was haben wir da drin? Oh. Wieder ein Kevin. Nein, der heißt nicht Kevin. Wir haben wieder einen Kevin. Aber diesmal ist er nicht der blauhaarige Kevin, sondern... Der heißt Arjan. Der heißt Arjan. Oh, das ist Kevins böser Bruder. Kevin, wo bist du? Ich schnapp dich. Ich bin's Arjan. Ich verprügel dich wie immer. Er hat ja auch seine langen Haare hinten in so einem Wuppelbeutel drinnen. Auch ganz cool. Er hat auch solche Diskusscheiben, aber er hat eine ganz kleine. Und zwei davon, wie man hier sieht. Und der Kevin hat ja eine große. Also, die scheinen da irgendwie auch verbindlich zu sein. Er hat sechs Leben. Das ist wahrscheinlich gar nicht sein Bruder, sondern irgendein böser, ultra-böser. Ja, das waren unsere Flohmarkt-Funde. War wirklich ein bisschen was dabei, was wirklich interessant war. Ein bisschen was für die Tauschkiste. Richtig toll fand ich das im Cognito-Spiel. Aber auch die Dofus-Figuren war eine Besonderheit, weil die findet man so am Flohmarkt eigentlich gar nicht mehr. Und natürlich die Dino-Riders-Figuren. Und das. Das will ich mal nicht bewerten. Das müsste eigentlich in die Verkaufskiste. Weil das ist ja wirklich, ich weiß nicht, für 50 Cent. Deswegen haben wir auch so eine dicke Kiste. Wir haben hier ganz kurz mal, tu mal so die Füße weg. Wir haben hier nämlich so vier, fünf, sechs, sieben, acht solche Kisten, voll mit solchen Schrott. Und die wird regelmäßig auch wieder aussortiert, was nicht mehr gebraucht wird. Und dementsprechend, naja, so ist es halt, die Kindheit. Ja, das war's. Dann könnt ihr uns dafür haten. Ciao. 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 Einfach disliken. Ciao. Ciao. Vielen Dank.